Dauern Spack da nicht rum Mahlzeit Verdammt, Fall die Taste Nein, die falsche Taste hier drückt Jetzt bin ich ganz brutal gewollte taster gedrückt stasel verschwendet ich weiß nicht was es dieses plänen soll als nebenprojekt haben wir mal ich habe ein nummerer und dann kommen durch und wenn wir nicht ein tritt wakuum ein tritt wakuum kommt wie na du ich kann ja ich will hier überleben hat frage ich mich mal es dann außerirdische kenne hier luft bekommen muss der planet der mond nirgendwo hinfliegen aber ich habe ich meine gesundheit darauf zu landen höchst erst bald abschließend hallo ende des wakums machen haut einfach ab vor dem ähnlichen kampf noch und krimi die pikmin neu die schock so so für ein bisschen glückchen reich nicht auszulützen das wenigstens also hinterholt das ding Kann ich die Klappe halten? Nein! Nein! Nischte! davon ist eine größere variante und die auch für die alten später sehen nicht die die und mir die Welt ich habe ich das will ich nie die Kirchen das mal um so hoch die scheiße so mit dem kleinen das ist mein ende hier ja dann werde ich jetzt mal hier pausieren und dann sehen wir uns eigentlich einfach im nächsten part und let's play dead space ciao